nach unten nach unten nach unten nach unten waren es hier älter Pau-Bummeling das ist anscheinend auch nichts mit Pau-Bummeling vielleicht finden wir irgendwas äh ein Raum wo nichts ist? Was sind das zum Müll? geht da mal auch nicht klar alter hier muss ich doch irgendwas geben versteh ich nicht ok gut ok dann lassen wir den rum erstmal ui ui ok 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 immer ruhig bleiben alles easy peasy äh hier ist haha ein Trifil-Kill ah ok den vierten hätte ich nochmal umlegen können und dann hier lang obwohl ne wir waren auch Maul Jürgen war nicht und zu nehmen ach egal, ich will nicht wissen hier wird schon sagen ok ok so wo immer es ist denn wie nach oben da oben in seiner Re-Station ok 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 aufgeschossen speichern ja weil ich habe keinen Bock das nochmal von vorne zu machen er fällt mir bestimmt wieder auf die Fresse und ja nö mal schauen das hat den Hubert wieder mal zu sagen sie haben also die Plasma-Beam-Fähigkeit zurückerlangt das ist überraschend ich weiß ich weiß dennoch sollten sie dem SRX meiden warum es könnte ihnen immer noch überlegen sein könnte ist aber nicht nach wie vor fehlen nach wie vor fehlen einige Fähigkeiten von denen ihr Überleben abhängt zum Beispiel warten die eine Sekunde weitere Probleme Moment ich habe die Ursache isoliert es gab eine Explosion im Arc dort noch rum da muss begeben sich zu Sektor 5 wir sind ja einfach so klar ja ich denke mal schon die Zerstörung muss enorm sein finden sie raus wer dafür verantwortlich ist Hubert hm naja warte mal da waren wir noch was gewesen da waren wir noch nicht gewesen da unten äh ja renn wui weil hier sind wir irgendwie noch nicht weitergekommen war mir klar äh höchst interessant ok haben wir Raketen gefunden hä was ist das denn ok Mann krass älter was war das für ein Mistvieh älter ich hasse dieses Geräusch älter wuuu ok 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 Daten rum guten Tag huiii äh ok gut nach um ach man älter wer macht ihn jetzt schon wieder Faxen wie muss ich denn diesmal auf die Fressour und äh Sektor 5 ist rechts ok ok wo muss man auch lang endlich mit die angerichtet der den die Forscher einem bezeichnenden Namen gaben Nightmare Nightmare on Elm Street Freddy Krueger es handelt sich allen anscheinend nach um einen biomechanischen Organismus der militärischen Zwecken dienen sollte er verfügt über ungeheure Kräfte und kann sogar Schwerkraft beeinflussen wir müssen annehmen, dass es zu einem Exot geworden ist uns bleibt keine Wahl sie müssen es finden und zur Strecke bringen leider kann ich es nicht ordeln sind die Anweisungen klar? ja dieses Monster ist außer Kontrolle beeilen sie sich ansonsten zerstört es die gesamte Station keine Sorge, das mach ich schon ok ok wir müssen jetzt hier wo ist eigentlich hier das Geheimnis gewesen? das habe ich sowieso noch nicht gefunden ach da oben ist das gewesen interessant ok man ich habe zu viele Raketen ich brauche mal ein paar Energietanks hier oder sind das alle ach du Scherz wie sieht es denn hier aus hier musst du mal aufgeräumt werden interessant ok hier kommen wir doch nur weiter mit dem Speedbooster ja doch dann schießen wir das Ding mal auf hier und die Fische schießen wir kaputt hier äh was ist hier mal gucken ok Bommeling äh was zum mal du blöde Fotzen Ding alter scheiß rochen ok 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 nochmal von vorne ok so renn da muss renn äh ja ok und die eine Powerbomber cool noch irgendwas hier anscheinend nicht ok so anscheinend müssen wir wieder nach unten ah ne nicht danach mal krass Alter oh hier sieht es ja aus Eltern was hat er hier gemacht hier sieht es ja total kacke aus muss ich mal so sagen äh wo muss ich überhaupt lang ziehen ne darum darum muss ich lang genau hier lang Musik Moment mal das geht ja nicht mit rechten Ding zu da muss da was sein ah ne okay okay so okay das reicht auf jeden Fall okay und okay äh das so meine ich das nicht jetzt dann okay nochmal von vorne mal nochmal hin nicht hier okay nochmal 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 äh nicht nur umspringen du dummes Mädchen älter und nochmal hey du bist so dämlich okay nochmal von vorne so ja okay man mach dir mal hin jetzt hier älter Mann Mann du bist so behindert älter ja hä so meine ich das aber nicht Mann okay okay ich krieg die Macke hier älter ich krieg die Macke hier älter ich krieg die Macke hier älter ich hab dir noch einiges mit wilde Lär von mir okay Mann älter Samus das kann doch nicht so schwer sein ich hab's doch beinahe geschafft okay normal okay you so